Geständnis von Alexander Bommes zu gefragt, gejagt lässt aufheuchen, wollte ich nie moderieren, gefragt, gejagt Moderator Alexander Bommes überrascht mit einer unerwarteten Aussage. Seine Worte haben eine unerwartete Wirkung auf eine Kandidatin.Hamburg, die ARD hat mit gefragt, gejagt, einer Adaption der britischen Game Show The Chess, einen echten Hit gelandet. Nachdem die Show drei Jahre lang erfolgreich im NDR gelaufen war, wechselte sie im Mai 2015 ins Hauptprogramm des Ersten, wo sie sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Der ehemalige Handballprofi und Moderator Alexander Bommes trägt mit seiner sympathischen und selbstbewussten Art maßgeblich zum Erfolg der Sendung bei. Alexander Bommes verwirrt mit Aussage über gefragt, gejagt Moderation.Alexander Bommes, dessen Vater bereits für den NDR moderierte, hat eine besondere Beziehung zu den Kandidaten der Show. Er bezeichnet sie oft liebevoll als mein Team und drückt ihnen im Duell gegen die Jäger stets die Daumen. So auch am Montag, 16. September, als Kandidatin Bettina aus Österreich in der Schnellrate Runde 2. 500 Euro erspielte. Doch damit war das letzte Wort noch nicht gesprochen. Punktjäger Sebastian Klusmann wollte Bettina dazu bringen, ein höheres Risiko einzugehen und bot ihr in der höheren Gewinnstufe satte 35.000 Euro an. Bettina war hin und her gerissen. Ich wollte nichts socken, gestand sie, doch die Aussicht auf den hohen Gewinn ließ sie zweifeln. Für zusätzliche Verwirrung sorgte Alexander Bommes, als er sich grinsend zu Bettina neigte und scherzhaft bemerkte, Ich wollte nie diese Sendung moderieren. Was genau er mit dieser Aussage meinte, blieb unklar. Alexander Bommes drückt gefragt, gejagt Kandidatin die Daumen, doch es hilft nichts. Es schien jedoch, als ob Alexander Bommes Worte als kleiner Motivationsschub gedacht waren. Genauso wie er 2012 das Angebot, gefragt, gejagt zu moderieren, nicht hatte ablehnen können, Sollte Bettina Klusmanns großzügiges Angebot annehmen, so schien es zumindest. Und tatsächlich, ich probiere die 35.000 Euro, für die Gruppe, verkündete Bettina daraufhin stolz. Ihr Mut wurde jedoch nicht belohnt, Sebastian Klusmann spielte gnadenlos und schickte erst die Österreicher und anschließend ihre beiden verbleibenden Mitkandidaten in der Endrunde nach Hause. Er ging einmal mehr als Sieger aus der Sendung. Aber nicht nur Klusmann sorgt für Aufsehen in der Show. Alexander Bommes war überrascht, als ein gefragt, gejagt Star plötzlich wie ein RTL-Moderator aussah.